Lektion 227 Dies ist mein heiliger Augenblick der Befreiung. Vater, heute bin ich frei, weil mein Wille Deiner ist. Vater, heute bin ich frei, weil mein Wille Deiner ist. Mit meinen Illusionen keineswegs berührte. Jetzt gebe ich sie auf und lege sie vor der Wahrheit Füßen nieder, auf dass sie auf ewig aus meinem Geist entfernt werden. Dies ist mein heiliger Augenblick der Befreiung. Vater, ich weiß, dass mein Wille eins mit dem Deinen ist. So kehren wir den Heute froh zurück zum Himmel, den wir in Wirklichkeit nie verlassen haben. An diesem Tag legt Gottes Sohn seine Träume nieder. An diesem Tag kommt Gottes Sohn nach Hause, befreit von Sünde, im Gewand der Heiligkeit und mit der rechten Geisteshaltung, die endlich in ihm wiederhergestellt ist. Dies ist mein heiliger Augenblick der Befreiung. Befreiung, Vielen Dank.